und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von stadttheater minecraft ja wir spielen live in the woods dabei ist der dalogard, chico, darosch, gorubai und krentz. wie war das jetzt noch? was hatten wir jetzt gerade noch aufgenommen? ich hatte ja für dienstag, dann kam anne, drittwoch, donnerstag darosch, dann ist heute schon samstag wenn ihr das hier seht das heißt die morgige folge kommt nur bei shigo und auch da gibt es wieder was zu gewinnen deswegen schaut morgen bei shigo vorbei und viel glück. jawohl, ja. aber jetzt erstmal, wie kann das hier eigentlich? ich brauche was zu essen. ja, warte, warte. essen, gorub. ich bin nach hause gekommen. das muss jetzt aber wirklich endlich reichen. nun ist es vorbei. sonst wer der zur diva. das kommt mit und ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sand sollte reichen, wa? dann komm ich mit dem feuerzeug. das ist noch eins. gucken wie lange das brennt. können tolle blöcke auch brennen? ja, die brennen sogar ziemlich lang. geh mal angeln, ne? hier ist ein wunder... oh gott. nein! oh gott, ich kämpfe gegen den creeper und in dem moment geht das schwert kaputt, ist es dein ernst? ich muss hier raus. ich werde halt von allen seiten erstmal angegriffen ey. ja, das ist auch sowas. ich sterbe jetzt, wenn ich fliehe. dann steht ein zombie vor meiner tür. hat einer von euch irgendwie sachen gekriegt oder sowas? knochen, neue seeds? wird ziemlich nice. kriegst du gleich von mir. knochen. erst wenn es wieder hängt. neue seeds oder? neue seeds und sand. brauchst du sand auch? oder wie? ich habe ein bisschen glas. ich will ein treibhaus bauen erstmal. das macht es einfacher. fünf stecks sand, das reicht. wächst auch schneller dann alles. so. also ich habe aber schon ein bisschen essen. habe ich schon. also wenn ich jetzt sterbe, bin ich fast zuhause gestorben. das passt. so ist hier wieder eine grille unten. bist du neben mir? nee, oder? mixing bowl. so. also ich komme jetzt mit, ähm, seeds. also für weizen, möhren, kartoffeln. wenn du mich jetzt ankommst, dann raste ich aus. geh weg. nee, sie macht's. nein. sie macht's einfach. komm bitte jemand, äh. die will mir beben. ach komm. come on and slam. nancy, bitte nicht sterben, ja? nein, ich bin fast zuhause. ich bin 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 zuhause? ja. und die rechte. 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 mit der rechten werfe ich aus. also dann. guck mal. weißt du was ich noch habe? äh, radish seeds. dann haben wir noch. was ist das denn hier? oder wie holt er ein? paffee. ja weiß ich nicht. mit der rechten Lüfter. weizen? ich mach jetzt erst mal ein paar Brote. der holt einen richtig wieder die rechte zurück. ja, dann holst du ihn ja auch mit dem Fisch so ein. aber was bringt denn die linke Maus aus der? das habe ich glaube ich bis heute nicht. okay. vielleicht war es Shigo oder? was? die weiß doch gar nichts. kennt sich mit Minecraft aus. ja, nee. Minecraft, das äh, noch nie gespielt. das erste mal. ich äh, weiß ich nicht. keine Ahnung. was? bitte. bitte. so. ich hab ein Möhrchen. ich hab ein Möhrchen. Möhrchen kriege ich die Möhrchen. aber Möhrchen lieber die Möhrchen. sag dir mal wenn es äh Tag wird, damit ich hier irgendwie lebendig zurückkomme. wie kann das denn sein? irgendwie verbaut? was ist ein Eggplant Seeds? für was sind die da? ist es das was es sagt? aubergine. okay. fick die Henne. ich bin verwirrt. ich bin ja richtige Profiangler. jetzt mach ich das die nächsten 100 Folgen lange. ja, dann würde ich sagen, dann hast du deinen Beruf gerade selber gewählt, ne? mhm. selber schuld. ich bin nicht der Fischer. bist du Fischer. bei Pumpkin steht bei mir äh komplett ausgewachsen, aber ich kann ihn nicht ernten. warum nicht? muss er abbauen. ich will. abbauen? geht nicht. also kaputthauen, abbauen? ja, kaputthauen. wenn es ein ganzer Block ist, dann ja. dann mach ich auch noch was an. ne, dann krieg ich den Seed nur wieder zurück. nein, ist kein Block gewesen. ach so. ach so. es stand ausgewachsen da. es ist nur die Pflanze. es ist nur die Pflanze. du musst warten bis der Kürbis gewachsen ist. also neben der Pflanze. also du musst es erst auswachsen und dann muss man noch mal warten. ja. und dann musst du warten bis die Frucht kommt. genau. oha. ja. es ist schon helfen, ne? was für hartgesotten. komm dran. es sind Pfeilen durchlöchert. was denn? ah geil. ich bin auf dem Weg, Dalu. ja mal, wir haben ein Haus gebaut. ich studiere fünf Folgen lang durch die Wildnis wandern. ist das euer Ernst? ich hab auch noch kein Haus. guru, du schreibst doch grad deinen Bachelor, ne? mhm. beziehungsweise tust du, als wenn du ihn schreiben würdest. machst du danach noch deinen Master? mhm. was machst du? danach bleibst du in Dänemark? danach? ja, wir arbeiten. in Dänemark. ah ok. wenn ich leere. sehr gut. holst du dir ein Ferienhaus? ja klar. sehr gut. dann bleiben wir in Kontakt. ja. übrigens nur dann. ja, ja. ich wollte es grad sagen. das klang ist echt so. das wird auch so klingt. hallo. 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 ja. ist auch auf einer Wellenlänge. ich würd das auch machen. Nancy, wie sieht's aus? jetzt kommt die Frau mit den ganz wichtigen Sachen. trafst du den Sachen raus? ja, das stimmt. Kartoffeln. dann haben wir hier das. normale Seeds, Möhren, Pia. hier. ja, 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 ja. schmeiß was runter, Nancy. Nancy, stopp, stopp, stopp. warte eben. der Inventar ist voll. hast du noch was? ne, einen stecken nicht. vier Brot, aber die sind meine. dafür möchtest du was zu essen haben, richtig? wenn du was willst. ein Steak Zucchini für dich. ein ganzes Steak. ich brauch mal was zu essen. ja, was machst du für mich? ja, macht sich ein Diasch. ja, macht sich ein Diasch. wie du aussiehst. was? da kommt's. okay, sollen wir für dich sagen wir auch. wie kann ich das denn sehen? ja, warte. welche taste? f5. f5. ja, weil du standst halt genau vor mir am Zauber. so, okay. es bringt mich um. warte. acht Karotten und sechs Zucchinis. Hilfe, 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 Hilfe. wo? raust du noch was? im Wasser. ja, Bone Meal ist immer gut. also, mehr nicht, oder wie? das ist momentan mit Abstand das Beste. warte noch, Shigo. ja, komm mit. was denn? ich mein, wenn du mir sagst, du willst doch was bringen, oder? nein, ich wollte nur Hallo sagen. du wolltest nur kurz nach Hilfe schreiben. ja. wie schnell ernt man denn das fest? äh, warte. ganz schön das flicken, ja, mein Freund. ich hab schon viel geschafft. oh, wow. das ist eng. das ist nur das Lager. das ist ja nicht das Haus. hier will ich ja nur... so, wenn ich jetzt sterbe, ist es egal. ich hab das Wichtigste, was wir brauchen, ist es erstmal der Anfang für das Essen. das ist Lehm. brenne. guck mal, was ich schon hier alles an Seeds hab und was ich schon an Essen hab, Shigo. ich kann nicht, ich bin schon wieder gegangen. ich muss mal ne Mühle reinbauen. normales, was soll denn nochmal normales Seeds, was kommt da raus? äh, weizen. 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 huiz. mit so einer Kiste. mach doch die hier, die in der Mitte. ja, okay. so. weil das mit dem Essen, das muss ja irgendwann mal klären. bin ich dann gleich nochmal raus, was wir da raus machen können oder ob wir schon was draus machen. hier da doch schon im mittleren Dings ist Brot drin. holz. holz. so eine Schote, also so eine Okraschka. time to farm, alter. jetzt werde ich selber hier ein Farmer, manche. hm. mhm. hatten wir noch Knochen? ja. ja. äh, wo sind die jetzt? hä, und wie krieg ich das Weizen nochmal? moment, was soll ich denn mit dem Blueberry Bush? wo sind die Knochen? bringt mir der was? achso, ne, sind so andere, die sind kacke. hau die weg. warte mal. vielleicht können wir hier unseren Apfelbaum machen. yo. jawoll. nice. da steht er. jawoll. die will noch mehr, oder was? Apfel und gedeiht. hab hier ja acht Bohnen. äh, jetzt wirft es nach. aber hier, den haben wir auch noch. ok, dann kriegt sie nochmal zwei. nein, alles klar. das sind Chestnuts. ahja, ok. gießt Nuts? merkst du das? ja, läuft bei uns. jetzt müssen wir nochmal irgendwann mal ein vernünftiges Haus bauen. was? soll ich schon mal ein bisschen Holz hacken gehen? dass wir auf jeden Fall schon was auf Lager haben? bis zum richtigen Haus. ja, das stimmt schon. ich mach jetzt erstmal gar kein Haus, das muss mir erstmal das Wichtigste haben. das ist ein Sammelhaus. stimmt schon. ne, ja, Holz wär glaub ich ganz cool. war Anne ein bisschen übers Ohr gehauen, das war gut. aber wir haben echt viel Eisen gehauen. so kennen wir ihn, so kennen wir ihn. ja, ja. viel bekommen, wenig gezahlt, das ist immer gut. braucht jemand von euch Eisen? oh nein, was hab ich getan? ja, ein bisschen, bestimmt. für Werkzeuge. hab heute nix. ok. dann können wir, wir können ja von ihm mal so ein Kukumba oder so. ihr könnt ja tauschen, genau. ja, warte ich geh mal zu ihm rüber hier. ich geb ihm mal ein bisschen. von wegen Gemeinschaftsprojekt und wir beuten uns gegenseitig aus. ja, Gemeinschaftsprojekt heißt wir leben in einer Welt, ja. ich guck mal was er so hat da. ja mach mal. schlapp mal was gutes raus da. er kann nicht verhammeln. hier ist Anne, kann ich sie töten und sie looten? ja. ne Anne, das will ich haben da. wie war das nochmal, ähm. wenn ich sie jetzt töte. ein Wasserfeld bewässert was? vier Felder. vier in jede Richtung. ja. vier in jede, in jede Richtung vier? ja. wenn ich jetzt mit der Alu gehe, dann fängt es an zu ruckeln, was ist denn hier los? ja. Hex. Hex. weil wir schon so viel haben, ja. die Kisten sind schon voll. das ist auch ein zweiter Weltkrieg-Bunger, den du da gebrochen hast. das sieht nur wegen Danzys Holz so aus. was soll ich das für ein Stein? jetzt bin ich schuld. das dachte ich aber auch. das ist kein Stein, das ist alles Holz. kommen wir nicht durch. nenn sie's Holz. super. nenn sie's Holz. komm ich jetzt bei dir in den Garten einfach rein spüren. was willst du denn gar nichts als in meinen Garten? da ist doch nix. komm her. wo bist du denn? komm her. es liegt da rum der Werbung. was willst du hier? Tür zu. hast du das in die Kisten gepflanzt? oder was? ich hab schon alles wieder geerntet, wir sind voll. soll ich mal gucken? wo war das gleich? oben links die erste Kiste. aber bitte. ich brauch die Sache. also sag erstmal was du haben willst. ich brauch mindestens von jedem immer eins. also ich würd ne Karotte würd ich nehmen. eine Karotte? ja ich schreit das eben auf. warte. eine Karotte. ja. ähm. so diese Ukra würd ich einfach nehmen. ja aber bitte wiegen. und in die Tüte. wo ist jetzt wie so ne Oma im Laden? er nimmt die kleinsten. er nimmt die kleinsten. für 50 Spennig. und was ist das da? so ein Korn? also so ein Maiskorn? ja warte warte. ich such das hier raus. so ein Korn. für wie viel kann ich noch? ich hab nur ne Mark dabei. kann ich immer was genau haben. was bekomm ich für einen Euro? was willst du noch in der gemischten Tüte? ich nehm noch so ein hier äh Cantalupe nehm ich ein. oh oh ne gute Wahl. ja ja. wenn Goro so viel guckt muss er auch was springen lassen. da tu ich noch nen Aal auf. gibt's ne Yucca-Pine mit oben drauf. zahm mit Silber-Coins. bau mir ein Wollhaus. bau mir ein Wollhaus. bau mir kein Schloss. warte 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 der Korn kam nicht an. der ist gerade noch umgefallen. oh mein Gott. jetzt. unter den Ladentisch. wie wird das denn jetzt? ich brauch keine Rechnung übrigens. gib was ja. gib was überall. du kannst auch noch mehr mitnehmen. für Dardusch hier warte. ja. pack euch hier eben was raus. die Tüte. hier schmeiß jetzt was zu. pass auf. geh mal runter. ja. ne ganze menge sogar. lass das die Annah nicht wissen. alle hat mehr bezahlt und nix bekommen. wer mehr bezahlt ist selber schon. Dardusch. Dardusch wir haben den ausgeraubt. ja. fühlt sich so an als er mitna ausgeraubt gerade. Dardusch wir haben richtig viel Shit. sprich nicht an, sprechen nicht an. guck ihr nicht in die Augen. guck nicht in die Augen. Dardusch ey das wird ein Festmalt. Da können wir bestimmt was mit den Fischen machen. Fissmarkt. Haben wir richtig ausgeraubt. Ist gut gemacht. Oh Gott, oh Gott. Was hast du denn dafür überhaupt gegeben? 16 Eisen. Für 16 Eisen kriegt man auch was? Jetzt hab ich Eisen. Jetzt musst du schon mit dir. Am Anfang wollte er nur Holz haben. Am Anfang war's Holz. Ist ein schnelles Zeitalter hier. Wenn du was zu füllen haben willst, komm her. Ich hab wirklich schon ne ganze Menge. Am besten ist halt Bone Mehl. Weil dann kann ich halt ganz schnell ganz viel machen. Geht auf Wolle. Ich glaub damit wächst ne Pflanze nicht so gut. So, ein Wasserfeld. Hier in jede Richtung. Wir können die, wir können die... Korrekt, ja. Mh. Mh. Gibt's hier so ne... Gibt's hier so ne... Wie heißt die... Dings noch? Die Butterbürste. Und wie zählt das diagonal? Vier. Auch vier diagonal? Dann ist ja eigentlich... Verpiss dich, Mann. Was denn? Der war grad unseren Baum hier, der Typ. Alter, hau ab. Den machen wir fertig. Alter, ey. Verpiss dich, ey. Verpiss dich, ey. Verpiss dich. Hau ab, Alter. Hau ab, Alter. Hau ab, Alter. Verschwinde. Mit meiner Hundearmee. Wir wollen dich hier nicht, wir wollen dich nicht. Der klaut eure Jobs. Der klaut unser Schilf hat er geklaut. Das ist doch noch schlimmer. Ich geh wieder angeln, das beruhigt mich. Jobs gehen ja noch, aber es ist Schilf. Aber hat der jetzt noch Spaß drauf nicht. Ja, warte, 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 ich hab doch noch ein... Alter, wenn ich mit meiner Hundearmee erst mal wieder in euer Lager komme, dann schulde ich euch alle. Mit meiner Hundearmee. Hab ich alle abgerichtet. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten, ne? Ich will ja keinen Briefwahl überlegen. Mann, ich hab das Gefühl, ich hab nichts geschafft. Vielleicht stimmt das auch. Was macht ihr mit Krebs, mein Herr, in Fragezeichen schrei? Hab den verprügelt. Ja, der kommt nicht so schnell wieder. Ja, der muss jetzt erstmal weghumpeln. Hey, warte mal, gab's für Kürbisse nicht auch eine Belohnung? Nee. Ja doch, Kürbis brauche ich einen, oder wenn du noch Belohnung bist. Kann man beim Kopf setzen, das ist eine Belohnung. Einen Kürbis brauchst du. Kannst du Endermänner angucken, ne? Ich brauch halt Kürbisse. So, wenn wir ein paar Tiere eigentlich mal holen, Goro, dass wir so ein paar haben. Ja. Das ist immer nervig, ne? Aber... Wir haben ja hier so Schweinchen in der Nähe und Kühe in der Nähe. Also hier ein Kuh sehe ich hier sofort schon. Achso, Nancy... Ja bitte nicht abschlafen, die will ich noch holen, deswegen. Nancy, das war übrigens ein Wing mit einem Zaunpfahl. Ja, hab ich mitbekommen. Gut. Achso, Kürbis. Äh, hallo? Ich bin der Farmer hier, was ist da los? Will ich mal abmoderieren, oder machen wir weiter? Äh, ich moderiere mal ganz schnell. Wir machen es nicht. Überstunden heute. Also, bei wem war jetzt das nächste Verlosung? Bei Chico natürlich. Bei... Ja, hallo. Deswegen bei Chico reingucken, weil dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Und ansonsten natürlich auch bei den anderen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020